Kein Zweifel, in den Damen und Herren, direkt vor uns befinden sich die Geiselnehmer. Guten Tag, kann ich bitte einen der Geiselgangs da sprechen? Wer sind Sie denn bitte? Bankräumung. Entschuldigung, ich kann Sie nicht verstehen? Was denkst du denn in der Bankräumung? Sind Sie wirklich bereit, Leute unsere Brangie? Jo. Da musst du irgendwas machen, deshalb haben wir hier den Bus gekapert und so, verstehst du? Ja, ja, aus Rache, an den Bullen. Ja, aus Rache, ne, die kapieren, das wird ernst meint. Und was habt ihr jetzt vor, wie sieht der Plan jetzt aus? Da brauchen wir natürlich irgendwie eine bessere Karre, ne, nicht so eine Scheißkarre wie das ist. So ein fettes Ding, ja, irgendwie für mehr Leute. Okay, so ein Siedener zum Beispiel. Ja, ja, so eine richtig fette Karre da, so eine richtig fette Karre da. Ja, schon da noch. Irgendwann schlug sie sie wieder auf und fixierte sich in dem kleinen Wandspiegel, dessen oberen Rand als schwacher, grünlicher Abglanz vom Fenster her die Liguster beschriebenen Garten zu erahnen waren. Kein Mitführen von Schusswaffen, verstanden? Das Geldverein für Sie, Kirchner. Andernfalls mach ich Sie fertig! Ganz wie Sie mein, Herr Oberrat. Keine Alleingänge, kein Jungo-Scheiß und kein Mitführen von Schusswaffen. Leck mich doch, du Arsch! Und, äh, jetzt ist doch, äh, schon dieses Jahr. Ich kann es nörsen. Und, äh, jetzt ist doch, äh, schon dieses Jahr.